Die Friseure in den USA engagieren sich gegen die Ölpest im Golf von Mexiko und sammeln Haare. Denn Haare saugen Öl am besten auf. Das wusste ich bereits von meinen bekifften Mitbewohnern. Deshalb ist es wichtig, dass die gesammelten Haare vorher gewaschen wurden und nicht schon gesättigt sind, sonst würde das die Ölpest noch verschlimmern. Wir können also alle mithelfen. Spenden wir unsere Haare. Vielleicht mit einer großen Spendengala. Bitte, liebes ZDF, das wäre was für Gottschalk. Es müssen nicht gleich alle locken sein, aber den Bart kann er in der Show abschneiden. Dann müssen die Haare natürlich noch abtransportiert werden von DHL. Und BP muss sie dann nur in die Stahlkuppel absenken. Bis dahin können sie das üben. Dann klappt das. Morgen geht's weiter.